Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Minecraft Let's Play Folge. Hab's diesmal richtig gesagt. Ähm, ja. Ich bin kein Pädo. Wenn ihr euch das jetzt denkt. Nein, falsch gelingt. Falsch. Schon wieder so depressiv und leise. Ich muss was dagegen tun, aber irgendwie bin ich heute müde und ja. Ähm. Ja, was mach ich jetzt? Ich? Naja, irgendwie gefällt mir das hier nicht. Das gefällt mir nicht. Ähm. Schloss, du mal zu. Mach irgendwas. Falsch. 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 Zusehen, das sollte es aber auch nicht sein. Aber ich hab ne Idee. Ne. Ich hab ne andere Idee. Das ist besser. Aber ich hab kein Eisen. Ich hab kein Wasserrauch. Genau das ist für das Problem. Ich gefahr in die Höhlen. Tschüss. Ne. Das film ich natürlich trotzdem. Neh mich auch. Stimmt. Ich hab nichts. Wenn man was mit einer Kamera filmt. Ähm. Egal. Ähm. Schon wieder so depressiv. Die ganze Zeit Depressivität. Dabei gibt's nicht mal ein Thema. Das ist ein Schlimm. Also nicht, äh, warte mal. Nicht mal ein Grund. Das ist ne Höhle. Keine Höhlen. Jetzt gibt's einen Grund. Mein Leben ist vorbei. Schöne Töne ist hier. Hey, drei Millionen. Ne, wenn ich jetzt verreckt, dann... Egal. Ähm. Nicht so negativ denken. Nicht so negativ denken. Bin ich so vorbeigestorben? Ne. Hm. Was tue ich denn jetzt? Ich sollte fahren. Aber wo ist hier ne Höhle? Uh oh. Oh. Ich weiß, dass du da bist. Aber wo bist du? Wie, ich spuck mich jetzt von irgendwann und tötte mich. Dann tötte ich sie sowas von. Keine Höhle. Weh, da drin wartet jetzt nicht mehr. Ach so, ich seh mal was. Oh. Ich bin enttäuscht. Und schon wieder so depressiv. Aber diesmal. Mit dem ärmsten Grund. Vielleicht hat gerade ich so nicht alles eiseln in der Hölle da aus in der Mine abgebaut. Kann man ja mal schauen. Kann man ja mal schauen. Obwohl, das sind so viele Monster. Es wird so. Es wird so als Toten. Was soll ich denn ausgehen? Ich werde tot sein. Ja, tot sein. Tod. Schon wieder schon zum depressiv sein. Ich finde heute einfach so viele Gründe. Nein. Ähm. Ja, vielleicht mache ich hier mal so ein Dingshaus. Und dann kann ich das jetzt natürlich auch. Aber vielleicht mache ich hier mal so eine kleine Station. Ja, aber hier werde ich sicher noch öfter hingehen. Ist mir eingefallen. Oh. Ja. Das ist aber auch nirgends Eisen. Schöder. Ähm. Egal. Suchen wir. Oh oh. Vielleicht tut uns diese Fliege mal was. Ich weiß, sie können uns nichts tun. Hey, da drin ist ein Slime. Oder auch nicht. Oh oh. Aber da sind Zombie und da unten ist ein Slime. Wah. 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 Ah. Er kommt so auf. Wieso? 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 Wieso kommt es da uns zu? Shit. Raus hier. Nein. Ich habe Angst. Ah. Mami. Mami. Wah. Hilfe. What the fuck? Nein. Falscher Weg. Hilfe. Ich habe mich verirrt. Nein. Nein. Stimmt. Wo geht es hier raus? Schöße. Schütte. Ach. Ich bin so dumm. Da. Hab den Ausgang. Und schnell auf. Ich bin noch nicht bereit für diese Höhe. Vielleicht bin ich es hier irgendwann. Und vielleicht ist es jetzt Nacht draußen. Scheiße. 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 Das Nacht ist dann. Das Nacht ist dann. Nein, nein, nein. Das ist nicht gut. Ich glaube nicht. Vielleicht ganz oder vielleicht gar nicht. Immer auf alles vorbereitet sein. Es ist hell. Es ist ein gutes Zeichen. Aber vielleicht ist es auch mal eine Fackel. Es ist nicht nur eine Fackel. Yay. Yay. Und wo finde ich jetzt Eisen? Es wurscht. Gehe ich mal nach Hause. Ähm. Ja. Enden das letzte Place. Nein. Natürlich nicht. Ja. Ja, ja, ja. Ähm. Kurzes Cut war gerade drin. Vielleicht merkt man es. Weiß ich nicht. Ähm. War ich kurz aufs Kloster? Habt ihr vielleicht gemerkt, dass ich vorher schon so war. Äh. Ich muss gleich pissen. Scheiße. Ja, diese Stimmung hatte ich. Vielleicht kennt ihr wer. Ähm. Aber ich wollte jetzt am Anfang nicht cutten. Aber ich hab es dann doch gemacht. Was natürlich tun wäre, wenn ich mir während der Aufnahme die Hosen mache. Wenn ich so lustig. Glaub mir. Tja, jetzt muss ich selber schauen, wo wir jetzt Eisen holen. Oh, muss doch hier eine Höhle sein. Ich hab irgendwann mal vor kurzem noch nichts gesehen. Gesehen. Ähm. Hier in der Nähe. Hier irgendwo. Wo? Wo warst du, Höhle? Oh, nur. Rede und ich töte dich. Töte dich. Da hinten. Äh. Mal schauen, wie lange es jetzt noch tag bleibt. Aber egal. Ich hab auch nur zwei Fackeln, aber... Autsch. Hey, da ist auch eine. Yay. Wir haben eine Höhle. Ja, wir schauen mal irgendwas. Da war doch ein Wiebermann drin, ja. Da. Direkt Eis. Höhle, ich bleib nicht lange in dir. Ich weiß, welche Gefahr an du birgst. Ich bin noch nicht verrückt. Wo geht's da lang? Nix. Okay, hier raus, schnell. Oh, Höhle. Oh, oh. Ist nicht. Nicht. Wird schon wieder Nacht. Auf jeden Fall ist es noch Tag. Nee, es wird Nacht. Shit. Da waren Sterne. Okay, das schaut jetzt nicht so schön aus. Okay, ich sollte vielleicht jetzt nicht die Terra farming treiben, während ich nach Hause sollte. Ähm, ja. Manchmal bin ich halt sehr klug. Hey, das ist cool. Vielleicht sollte ich die vielleicht auch nicht abbauen. Ähm, das ist nicht so schön, was ich jetzt mache, aber kann ich ja wieder wegmachen. Das kann ich tun. Yay. Bei dem Baum muss ich auch noch fertig abbauen. Aber nicht jetzt. Ich glaube, bin ich dumm. Ja. Manchmal. Kommt zuerst. Das kann vorkommen. So. Endlich. Oh, das ist jetzt vielleicht nicht so schlau, dass da. Ich werde sofort schlafen. Und, und, und. Ja. Dann mache ich noch eine Tür hin. Mit dem, das gefällt mir ja nicht. Und davon gibt es ja so viele in der Nähe. So. Ich bin nicht so dumm wie ich jetzt. Ähm, ja. Ich weiß selber noch, was ich jetzt in mir mache, so. Aus dem Ganzen. Eigentlich, weil die ist dann schon ein kleines Garten machen, aber ich habe überhaupt noch nicht geplant gehabt. Hm. Wir könnten hier so. Gewisse. Ja, und hier so ein Piesweg verhalten. Oder einfach nicht, leider. So, aber wo ist so, wo ist denn was da? Weg. Weg. Äh. Ja, aber das geht eigentlich jetzt. Was da oben muss ich denn noch machen? Könnte ich eigentlich jetzt machen? Okay, in die Richtung, Schatz, ist überhaupt nicht schön, dass gerade war. Komm. Oh Gott, das wird jetzt auch nichts erscheinen. Okay, das wird jetzt auch nichts erscheinen. So, nächste Folge ist der Verhesslichen der Landschaft. Yay. Der ist ja auch wurscht. Von der Weite sieht man es vielleicht nicht. Mit kleiner Hoffnung. Au. Voll auf die Frist. Nein. Ein Stein. Habe ich verstanden? Ich gucke, ob ich die Hände habe. Ich habe hier keine Ahnung. Mir nie nachdenken, was ich mache. Das ist meistens dumm. Sehr. Acht Eisen. Yay. Da geht sich mehr als nur ein Einbruch. Viel mehr. Dann aber auch nicht. Ähm. Irgendwo eine ewige Wasserkülle bräuchte ich aber auch noch. Hm. Alexander ist auch so groß und schön. Oh, und jetzt ist die Leiter nicht. Jetzt sind wir drisch da. Ins schwarze Loch. Könnte ich doch einen Raum reinmachen, so. Nicht schön, aber... Oh. So. Doch einen Raum halt. So, 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 so. Aber egal, das, ähm, weiter war ich dann in der nächsten Folge. Viel Spaß noch. Abonnieren, liken, nicht disliken, wenn's geht. Ob ich weiß, ihr könnt das nicht immer kontrollieren, so. Äh, Spaß. Ähm, ja. Viel Spaß eben noch und bis zum nächsten Mal.